da gemeine da sind wir wieder mod for all und klopapier sind wieder da in ihrem exit let's play coole sache da sind wir stehen geblieben letzte folge gestorben bin ich einige mal und wir haben wieder scheiß nacht aber unser turm stand wir wollen jetzt der steht und jetzt mal suchen wir wollen auf jeden fall von dem background weil hier diese windgeräusche die die naja vom madmaster ist nicht gerade das grüne von ei deswegen wollen wir mal das grüne vom ei du wolltest in die richtung latschen oder so ja genau in die richtung da kommen natürlich gerade hier zack 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 hingen sieben gar nicht so die ding 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 paintball na ja und siehst du den baum hier das ist ein peter baum wo ich sehe da ist die stern schnuppe das ist ja in die richtung wo wir hingehen ist eingeschlagen ja aber jetzt gehen wir wieder in das blöde dingsgebiet da will ich nicht hin wir gehen ja hier nach links oder ja wieder zum turm dahin wozu dem turm dahinten ist wieder sein großer turm schau ja aber hauptsache ins grüne und nicht in fabio und von dem background hier was sind das für ein block du bist schon unterwegs nach unten ich sehe dich nicht also bitte überhaupt schon am anderen klär wieder drauf bist du ich sehe dich nicht du bist doch hin unten vom bach so ja du mit deinem creeper kopf das ist das problem du hast den creeper kopf deswegen ich weiß heute nicht wie ich hier runter kommen soll mama ich habe Angst da sehe ich dich jetzt voll stein runter wo bist du da ich bin richtung süden da gegangen wo ist denn das skelett mami halt da wo ist denn das hier da bist du ich sehe dich ja das problem ist dass du auch schon ein creeper kopf ich stehe da gerade der lava ja hier ich habe mir schon ein pet gemacht äh ich noch nicht ich habe mir Wolle für dich warte ja Wolle habe ich muss nur noch warten craften wir eins und gest... er hat mich beschützt blödes creeper bed so ja hab jetzt auch eins haben wir eins hinbekommen ich schlafen oder warte mal ganz kurz ja bed hier ist eh relativ still momentan wir haben uns gemachte Bettchen legen knapp mitten in den Regen draußen in der freien Natur wollen wir mal hier nämlich ein Homepunkt zu tun wo wir dann aber immer wieder zurückkommen können und genau wir wollen ja mal anfangen hier wir wollen anfangen wir wollen hexen 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 oh ich muss ja mein Bett mal abbauen zaubern wollen wir so ähm schöne Rohstoffe überall da oben da da müssen wir dann meinen gehen da oben da lass mal dabei wo geht es denn hier lang äh alles im Rüber alles im Rüber öh alle das ist ein Schiff hm oh das ist ein Schiff 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 die sind aber heftig da war ich der hat Dauereis da hinten ist noch was lass mal da hinten hingehen vielleicht können wir das als unser Zuhause nehmen da oben sind Diamanten schau da können wir nicht abbauen ne da oben ist der Dauermami ich hab keine Eisen später ich hab aber Eisen da schmeckt ein bisschen durch ich brauche ein bisschen Eisen ab hier noch ja du hast den Ofen ja warte wo bist du da ich bin hier irgendwo hin genau die müssen wir das holen mach mir auch ne Eisenspitzhacke falls du hast 3 1 kurz ja ich hab 10 Eisen ich hab auch 5 mal gucken und dann können wir ja mal gucken ob wir ähm Kohle und da oben ja auch noch Kohle aber da komm ich nicht auf mein Schwert Steinschwert und mehr hab ich ja ein bisschen Schwert ja auch nicht schlecht ne 4 ok warte mal ich hab 2 äh von einem Monster 2 Iron Ingalls einstecken dann tu ich noch 2 durchbrennen dann können wir jeder noch ein Schwert haben ja ich sicher aber sterben will ich nicht um ich geh da oben ein Redstone und kloppen oder was das sein soll 3 hab ich schon kann man jetzt mit Holz ab äh mit Stein abbauen ne Frank Gold Jack machen wir da auch nicht also die meisten Rohstoffe kann man nicht abbauen mit Stein voll Kacke ey 6 unser Klo wieder am Craften ich hab jetzt auch grad schon ein Schwert so dann 3 Stück was hast du denn jetzt gemacht alles ich hab jetzt ne Pickaxe und ein Schwert gemacht ja dann geh du mal das Diamanten abbauen dann mach ich mir selbst schon so ich mach mir das selbst machst du es dir selbst? ja ich mach es mir selbst eindeutig mach es und das wo ich dabei bin und das ich das noch erlebe erleben darf du den Rollstuhl her du darfst der Mann äh ne auch echt cool aus für die ja die Mann sind so etwas rund gehalten ne für dich ja ich finde schon mach was komplett Neues hatten wir da auch noch hier war da noch lauter aber ich müsste eh dann meine sie haben immer meinen aber dennoch wenn es schon so sich anbietet da oben das Herz so da hinten und Gold ja warte ich guck mal ich guck mal hin das muss einfach sein hier ist so ein Power was ist denn was sind denn diese Tower weißt du das? ja und da drin sind jede Menge Monsterspawner da kann ich hocharbeiten oben ist ein Endgegner und das Schlimme ist an den Endgegner wenn du ihn besiegst hast du kurze Zeit nur um aus den Tower raus zu gehen sonst explodiert der gesamte Tower ja gut das ist ja nicht so schwer ich meine ist ja nur ein Wasser ja da geht es aber die gibt es auch nicht woanders ja komm brauchen wir jetzt da nicht rein zu gehen in so Tagen ne da in jeder Etage sind vier Spawner hinten ist ein P-Bach mit nem das sieht mir auch nicht ganz sicher aus da hinten die soll nur aber schaut gar nicht so schlecht aus da ist ein Stathaus wir können ja mehr erheußer machen ja sicher wir haben ein Eisenschwert Schadenhaus und ein Schwellenhaus wir haben Eisenschwert Eisenschwert das ist mehr guck mal die geile Palme an hier nicht explodiert die schaut ja edel aus kann man die Trichkapital da abbauen? ne ok das gibt nie viel Holz gar keis so macht sie die ganze Zeit boom Palmlock ne ach ja geh mal auf ins Gefecht oder? da muss man da hinschwimmen das ist so ne Ruine irgendwie oh da oben seh ich schon Monster Spawner da ist er auch schon ich muss da irgendwas machen rein in das Loch da ist ne Stiege der muss rauf wahrscheinlich ich zieht eure Waffen wahrscheinlich irgendwie rüberhüpfen oder so irgendwie ja hier ist noch mehr Leider wo du denn schon hüpfen kannst oh hier hinten ok nein au ich bin wieder ein Flachspaten hier oben ist wieder so ein komischer Protection Block sollst du noch mal aufmachen? genau den kannst du abbauen dann können man von ja da kann ich eh reinbuddeln mich sag's mal wenn du ihn abgebaut hast ja hab ich hier ist auch Close Zone den nehm ich auch mal mit komm ich von innen rauf oh da ist er runter gefallen da gehts ja weit nach oben ich werde ihn da oben erwartet hier gehts doch runter hier oben ist ne Kiste äh ja Ice Ascension Ascens oh 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 Hilfe oh Hilfe Hilfe Mann wer ist jetzt komm ich zucke mal komm 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 Spezialrezept Placing Beam oh Gott oh Gott da fängt schon an komm komm her komm her komm her zack 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 und tot du oder? ich hab bisschen Angst hier ja aber hier ein Braustand ok irgendwelche komischen Teilchen auf dem Boden bei Teilen musst aufpassen am besten halt Item raufschmeißen die explodieren aufpassen wenn du ein Item raufschmeißt dann ist nicht so schlimm hier ist ein Altar da sind Lichter die kommen wir aus später schau mal schau mal was ich bekommen ich hab so Schriftrollen und sowas bekommen guck mal schau sowas keine Ahnung was das darstellen soll das ist das ist das ist von diesen einen Mod von den AIS Mod da heißt das ist das ist das ist das ist das ist das ist du dich hundert zerstörn oder du du oder du lieber ein eigenes bauen wir haben halt noch gar nichts ne haben wir halt noch gar nichts an Rohstoffen und so und so schau mal was die Zeit sagt die sagt so noch drei Minuten nebenbei noch eine kleine Bibliothek für uns Ja, 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 gut. Das Ding, wir können ja hier unten nichts machen, ich mein. Weil ich hab keinen Platz mehr in dem Metall. Ich bräuchte irgendwann mal Kisten, wo wir alles reinhauen. Auch. Weil dann nehmen wir das als vorübergehendes Haus. Wir können ja noch weiter nach Süden gehen und dort mal eins bauen, dann holen wir uns die Sachen ab von hier. Stieg. Da ist auch... Ja, hier, das können wir ja... Bei so einem Groben und Ganzen ist ja... Da hat nur überall Türen, gell, das ist ein bisschen... Ja, da kann man ja zupornen. Der Blades ab. Tür ab. Oh, dass wir wenigstens mal schon ein Häuschen haben, wo wir uns verkriechen können. Alter, hier. Was ist das? Hier gerade mal ein bisschen hier die... ...eingänge nach unten zu. Und dass wir dann mal ein bisschen mehr frei... Ja. ...weilfen hinstellen können und Kisten und so. Einen können wir ja frei lassen, würde ich sagen. Ja, den lassen wir, ja. Aber hätt's lieber den hier hinten frei lassen sollen, weißt du warum? Nein. Weil hier eh ne Stiege hoch geht, da können wir eh nix machen. Ja, dann mach ich halt den wieder auf, ist ja egal, kein Problem. Mach ich hier hinten hin zu. Solange ich Platz nicht mehr da hätte, wär's einfach... Hier haben wir ein schönes... Da haben wir schon ein kleines Häuschen hier. So. Schön, aber selten. Genau, hier machen wir einfach mal alles Kisten hin. Warum hab ich zwei Crafting-Table? Wissen wir auch. War noch eine einsteig. Warte, warte. Jetzt sind die Texturen alle voll komisch aus. Haben wir schon mal ein bisschen... Muckelig hier... Genau. So, ich glaub das ging so. Auch nicht. Hm, es gab da... So, jetzt haben wir schon ein schönes Lämpchen hier. Ah, hier ne Kiste. Wir haben irgendwie diesen... Dings-Mod drauf, weil ich weiß nicht, wie das ging da... Ist der das alles aufteilt? Irgendwie ging das? Ah, so, Mittellipp-Klick. Der was aufteilt? Wenn du zum Beispiel eine Kiste machst, drück mal... mit dem Holz dann links und fahr einfach in den Kreis. Ohne immer klicken. Und dann einfach Link gedrückt hätten. So. Ah. Und wenn du, ich glaube, mittel-Klick machst, dann... Nee. Ging doch jetzt. Bin ich dämlich. Ah, keine Ahnung. Dass das ganze Holz, was du hast, dann auf diesen aufgeteilt wird, sozusagen. So, ja. Also... Ich würde sagen, wir machen mal unsere Repetare leer. Tun hier ein bisschen einsortieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Genau. Also, wünsche euch Spaß. Genau. Endlich mal einen Unterschlupf gefunden. Jetzt wird's geht weiter. Jetzt fängt's langsam an und wird mystisch hier. Genau. Schaubert. So, Leute. Also. See you. Bye-bye. Macht's gut. Ciao.